Hallo an den Bildschirmen. Hier ist die Villa Filmproduktion. Mein Name ist Nila Nirvana und ich möchte heute alle Kreativen aufrufen, die Lust haben, an einem großen gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Wir planen zur Weihnachtszeit Ende des Jahres den ersten gemeinsamen Winterfilm, den NSL gesehen hat im deutschsprachigen Raum. Wir benötigen dafür Hilfe, Mitarbeit, Menschen, die sich auskennen, Menschen, die eine Begabung haben. Wir benötigen insgesamt acht Hauptdarsteller, vier männliche, vier weibliche. Wir benötigen eine Menge Statisten, Designer, die uns helfen bei den Kostümen, Bühnenbildner, die uns bei den Gebäuden helfen und viele, viele andere Sachen, zum Beispiel Drehbuchautoren etc. Es wird ein großes gemeinsames Werk, von dem wir alle etwas haben. Wir suchen Locations, an denen wir drehen können, die dem Werk angemessen sind. Wir planen eine ganz große Eröffnungspremiere zum ersten Advent. Aber das alles geht nicht ohne Unterstützung. Das bedeutet, wenn ihr Lust habt, wenn ihr eine Gabe habt, wenn ihr Spaß daran habt, in so etwas einzusteigen und mit uns einen ersten großen Second Life deutschsprachigen Film zu machen, dann bitte meldet euch bei uns. Voice ist dafür nicht zwingend erforderlich. Wir werden das Ganze ohne Stimme drehen. Das Thema wird nicht verraten. Es bleibt diskret bis zum letzten Tag. Aber es wird ein wundervolles Werk werden, das mit Sicherheit sehr vielen gefallen wird. Und ich möchte euch wirklich aufrufen, kommt und meldet euch bei uns, wenn ihr Lust habt, an einem Abenteuer teilzunehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.